Auch wenn du es noch nicht wusstest, aber du, ich geb' ja auch Lebensberatungstipps. Und dieser Lebensberatungstipp, der geht jetzt an dich über die Schwiegermutter. Und da will ich dich an das Herz legen, du, sei nett zu deiner Schwiegermutter. Denn sie ist billiger als ein Babysitter. Ready to Knie? Ja und, du bist da!